In diesem Video erklären wir dir, wie man ein Wort schreibt. Das sind die Bilder. Bilder. Die erste Silbe heißt Bill. Sie beginnt mit einem B. Bill. Als Vokal schreiben wir in das rote Tor den Vokal I. Du merkst mal wieder, wir schreiben ihn als Vokal I, aber eigentlich sagen wir I. Bilder. Dieses I darf aber nicht alleine im roten Tor stehen. Das hast du schon gelernt. Bill. Hier in das rote Tor schreiben wir jetzt deshalb noch den Konsonanten L dazu. Bill. Da. Die zweite Silbe heißt Da. Sie beginnt mit einem D. Da. Immer wenn du hinten A hörst und sagst, schreibst du dafür E-R. Toll, dass du zugehört und mitgemacht hast. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.